Keine Scheiße! Na, ihr war gebrochen. Und ja! Und dann, wenn es so ist, wird sie da wohl noch die Untersuchungen machen lassen müssen. Und wenn sich das alles so bestätigt, dass man ihr gesagt hat, dann will sie nach Bayern in diese... Operation? Also, hast du dich nicht genau? Auch? Wir haben ihre Reichweite für den großen Moor und ebenso. Aha! Ja, das klingt jetzt auch gut. Ja, ich weiß. Ich muss fotografieren, ich muss fotografieren. Mein Sohn ist wieder vorbei, ne? Aber, ne! Du hast keine Schau. Oh, jö, 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 jö. Da kriegst du Streicheleinheiten heute Abend, ne? Vom Pfadern von Hamlet, ne? Ja! Ja! Komm! Ah! 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 So, schauen wir jetzt. Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!